Guck mal, wenn du den ganzen Tag da reinguckst. Alter, Lagerfeuerkiste, Fleisch. Nee, geht ja mit Kohle. Da ist ja auch Kohle drin. Wieso machst du den nicht an? Ist doch schon alles gebraten, was da drin ist. Alter, das ist so die Hälfte gebraten. Du bist auch die Hälfte. Ich hab grad nochmal Fleisch reingelegt, deswegen ist nicht alles gebraten. Achso. Ich bin nicht durcheinander hier. Kiste, da. Wieso kann ich nicht? Ah, die Zwirn fehlen noch. Das wird ja da immer noch rein. Wollte ich dir die Zwirn da reinlegen, in die Nase. Und jetzt eine Kiste bauen, danke. Bitte. Apple Pen. Ah, Apple Pen. Da ist noch eine Kiste. Das ist schön. Wenn ich noch die Steine reintun. Ja, da kann ich ja auch gleich noch ein paar haben. Ein Holz. Oh, jetzt bin ich voll gefuttert. Also hier sind schon mal 300 Steine drin in der einen Kiste. So, alles in einig. Das sind du mit der Unordnung immer, ne? Das ist schlimm. Boah, was kommt denn da rein? Boah, Alter. Boah. Boah. Ich muss gerade aufräumen hier, ey. Boah. Das ist kein Server. Wir hosten das Spiel. André ist der Server-Inhaber. Also er hostet das selber. Gut. Genau. Wir hosten. Wir hosten. Ich habe ein Kristall gefunden. Boah, Alter. Wie oft willst du noch in die Kisten gucken? Entschuldigung, dass ich... Alter, leck mich. Also du nimmst ein Teil aus der Kiste und das schon mal einfach alles auf einmal zu erledigen, ne? Leck mich einfach. Ich wollte nur gucken, ob da noch genug Pflanzenfasern ist für ein Bett. Aber ist egal. Nein, wir haben keine Pflanzenfasern mehr. Die hast du alle verspendet fürs Dauersterben. Was? Lass mich auch mal ablegen hier. Lass mich auch mal ablegen. Nein. Du brauchst Stunden. Du meckerst dann immer rum, wenn eine mal zwei Minuten reinguckt. Du hast es verstanden. Du bist einfach nur doof. So. Du bist doof. Du bist doof. Ich habe einen Levelaufstieg. Warum sagt mir das keiner? Wie, du hast einen Levelaufstieg? Oh, hier bau einen. Level 11. Und vor einer ganzen Weile. Kann ich ja noch lernen. Kann gar nicht lernen. Typ lernen. Kann ich auch nicht lernen. Ich habe keine Punkte. 5. Wohl. Das ist wie ein Handwerksgeselle. Muss ich aber erst noch gerber lernen. Okay. Ja, Olli. Du bist Pussy, weil du nicht mitspielt. Oh, nein. Was denn? Nein. Leib eigenen Fänger können ich hier bauen. André. Was denn? Ein Sandsturm. Oh, nein. Oh, nein. Oh, es kommt direkt auf uns zu. Diesmal kommt es aber wirklich direkt auf uns zu. Oh, ja. Diesmal kommt es wirklich direkt auf uns zu. Ach, die Tür? Ist die Tür auf? Alter, das bringt es jetzt auf, wenn ihr hier reingeht. Ich kann mich in die Ecke stellen. Oh, nein. André, es kommt. Verdammt. Scheiße. Nein. 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 Dahinter ist ja Sonne. Oh, nein. Jetzt sehen wir gar nichts mehr. Verdammt. David. David, wo bist du? Sie nehmen Schaden. Ich weiß. Du hast die Tür ja auch aufgelassen. Nein. Doch. Wir brauchen ein Dach, Alter. Heiß auf die scheiß Ofen. Bau ein Dach. Bau ein Dach. Soll ich ein Dach bauen. Bau ein Dach. Wir haben nicht genug Holz zum Dach bauen. Nein. Weg zur Rede. Jetzt werden wir sterben, weil wir kein Dach haben. Was ich fertig bin, ist der Sturm schon vorbeigezogen. Guck. Da hast du ein Dach. Wow. Reicht. Hier sind wir sicher. Oh, ich verstehe. Kasse dich. Oh, Mann, ey. Ist er fertig jetzt? Der Sturm ist weg. Können wir jetzt rausgehen, weiter fahren gehen? Holz und Stein und so? Guck mal, hier vorne habe ich es bei doch schon wieder alles. Also zumindest Pflanzenfasern. Wir müssen auch immer noch irgendwas mit den Samen anstellen können. Ich kann auch nicht sagen, dass wir hier tausende von Samen haben. Aber wir brauchen noch ein Blumenbeet haben später. Oder wir müssen alles durchgehen. Oder einfach mal versucht, einfach welchen Bund zu stecken. Ja, habe ich. Aber der hat nichts gemacht mit den Samen. Hast du sie mal geschluckt? Nein. Das habe ich natürlich noch nicht gemacht. Ich schluck mich einfach so jeden Samen. Nur Männersamen. Hast du jetzt gesagt, dass du Männersamen schluckst? Wow, du bist beschossen. Oben ist Artillerie. Alter, ich gehe da gleich hoch. Ah, fuck, Spille. Spille. Ja. Aua, hilf mir, hilf mir, hilf mir, Spille. Oh nein, das ist eine Steinnase. Lass ihn gehen, lass ihn gehen. Ich freue mich, sein Ziel streitig zu machen. Hier Spinnen gibt es denn hier, ey. Hier gibt es nur Spinnen, habe ich das Gefühl. Können wir jetzt Kerzen machen, wenn wir genug Pflanzenfasern haben? Ja, cool. Immerhin. Oh Mann. Oh Mann. Ist das ein... Oh, hier liegt ein Toter. Aua. Ja, das bin ich. Ach so. Pass auf. Oh nein. Ja, warum ich? Was habe ich dir getan, verdammt? Ich greif schon an. Ach, trotzdem voll die Kelle gekriegt. Eine Spinne kommt auch noch. Oh, ich drehe ruhig. André, Spinne. Ich kann nichts machen. Ich habe keinen Ausdauer mehr. Ich kann nicht mehr zuhauen. Verdammt. Ich kann nicht mehr zuhauen. Das war's. Ich sterbe. Ja, ich bin tot jetzt hier wieder. Ich auch. Ich habe keine Ausdauer mehr. Und du hast alle Betten verbraucht. Nein. Wieso da stehen noch Betten? Das ist doch gar nicht, was du hast. Alter. Wieso bin ich jetzt direkt vor der Spinne gespawnt? Alter. Alter. Ich hasse das. Ich hasse das. Jetzt sterbe ich gleich wieder, weil ich direkt vor der Spinne gespawnt bin. Und jetzt hau die noch ab. Und jetzt hau die noch ab. Ich hasse diese Spinne. Du kommst auch nicht. Ich komme da nicht ran. Ja, jetzt. Ich komme da nicht ran. Ernsthaft. Sobald du da in die Nähe gehst, springen die zurück. Das ist so nervig. Das ist ja, deswegen geben sie dir dieses verlangsamende Zeug, damit sie sich in Ruhe penetrieren können. Richtig. Das ist natürlich ein Sinn. Ja, jetzt können wir zusammen da hingehen. Jetzt kannst du halten, um dir meine Sachen wieder zu holen. Wäre ich, ja. Bin ich aber nicht. Pisser. Pisser. Entschuldigung, ich komme ja. Ich wollte nur mal das zweite Kind Gute Nacht sagen. Pisser. Du hast, wenn du sowas sagst, tut mir das auch weh. Ja, deswegen ja. Pisser. Pisser. Wenn du so ein Taugenichts wirst und nicht mal ein Vieh abwehren kannst. Alter, wann zwei Viecher, bitte. So. Wir brauchen unbedingt leibeigenen Dinger. Alter, schon wieder so eine Spinne, Alter. Nicht nur eine Spinne, auch so ein Riesenvieh. Alter, ich habe hier wieder alles. Ich komme hier nicht weg. Oh, ich will jetzt bitte nicht sterb ich. Aber die Spinne ist tot. Ja, für wie lange? Oh, Alter. Boah, ich meine, hier gibt es ja Ressourcen, das geht nicht mehr, ne? Aber ich muss auf jeden Fall mehr ausdauerspillen als nächstes. Alter, ist das hier anstrengend. Ein Schluck aus dem Pipi-See trinken. Pipi-See? Ich habe mich schon so oft reingepullert. Siehst du, dass das Wasser überhaupt Wasser ist und nicht einfach nur über Jahrhunderte. Oh nein, Spinne, 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 Spinne. Oh, weiß ich nicht. Da, direkt vor dir, ey. Ich kann sie nicht sehen. In dem Ding geht. Alter. Ich nehm sie einfach irgendwo da steht und rumspinnt. Oh Mann, ey. Wir können nichts machen, ey. Also du kannst hier nicht alleine losgehen, das geht einfach nicht. Du brauchst immer einen, der dich beschützt. Du brauchst immer einen, der die Spinne haut. Ja. Ey, ey. Verdammt, ey. Wo ist Olli, wenn man ihn mal braucht? Wollte ich was sagen. Wo ist Olli, wenn man ihn mal braucht? Einmal als Ablenkung, als Leibeigner. Nein, Olli mag das Spiel nicht. Olli sagt, das Spiel ist doof. Ich dachte Olli nur, weil er es sich nicht leisten kann. Ja, richtig. Richtig, richtig. Diesen Monat. Pass mal auf. Da hört er sich, Spinne. Warum auf mich immer? Warum auf mich immer? Dann sag ich mich jetzt auch, warum er auf dich geht. Seh ab. Ritter. Ritter. Ritter, du Schwanz, ey. Entschuldigung. Alter. Ah, ey. Spinne. Ah, verdammt. Alter, ich hab jetzt auch... Spinne. Ah. Ich hab nicht mehr genug Ausdauer. David. Ich komme. David, mein Leben sinkt. Mein Leben sinkt. Mein Leben sinkt. Ich seh nur noch Sterne. Also wir brauchen definitiv ne fette Eisenrüstung, Alter. Da drüben wir schon wieder eine. Nein. Nein. Das halte ich nicht durch. Nein. Warum? Also als erstes brauchen wir Eisenschwerter. So, und nachdem wir die Eisenschwerter haben, brauchen wir Eisenrüstung. Hihihi. So, und abends... Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ja. Wir brauchen mehr Leibeigene, die für uns farben gehen. Doch wir haben Bögen, aber die bringen nix. Bögen, doch ja, Bögen sind ungefähr genauso effektiv, als wenn ich die alle mit Wattebäuschen beschmeiße. Die haben nur 5 Meter Reichweite. So ungefähr. Wir brauchen den Armbrust. Wir brauchen den Laser-Torrent, ey. Wir brauchen Laser-Dinos. Wir brauchen den Laser-Torrent, oder? Wir brauchen den Laser-Torrent. Ah. Alter, der deckt bloß die drücken durch. Ah, man, 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 man. Ja, genau. Mann. 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 So, ich lerne jetzt Leibeigenentfänger. Dann können wir Faser fesseln, Knüppel und den Gegner auszuschalten. Jetzt steh ich hier nicht wieder rum und... Da kommt gleich gleich wieder was. Der T-Rex kommt gleich um die Ecke. Ich schör schon stampfen. Ja, wahrscheinlich. Irgendwie so was große Böses. Da kommt der T-Tank gleich um die Ecke und macht dann unsere Hütte platt. Wahrscheinlich. Aber soweit haben wir uns noch nie vorgedrungen hier. Gott sei Dank. Stell dir vor, ihr hättet ihr jetzt auch noch am Arsch. Der dann so alle... ...weil eine Hütte kaputt war. Ah, ihr habt sie wieder aufgebaut, ihr kleinen drei Schweinchen. Ihr bußt und rußt und macht eure Hütte kaputt. Oh, immerhin habe ich jetzt schon mal wieder ein paar Steine. So 150. Ein Stein habe ich nicht. Nur über 100. Ahhhh. Ich trinke mal eben was. Ahhhh. Haben wir jetzt hier mal fünf Minuten Ruhe zum Steine klopfen? Ja? Unglaublich. Ich musste es jetzt hier wieder erwähnen, ne? Ja. Ich will jetzt unbedingt wieder was haben. Irgendwelche Viecher. Wir haben alle Steine weggemacht. Ne, da vorne ist noch einer. Ahhhh. Du Spinne! Lass uns zurückgehen, André. Das wird dunkel. Komm. Nach Hause. André, Hause. Na Heimat. Angst? Na Heimat. Na Heimat. Lass ihn ihn. Sag derjenige, der bei jeder Spinne auch drei Meter hoch springt, so wie ich. Drei Meter? Du könntest hier auf den Turm springen von hier aus. Alter, beim letzten Mal, ne? Aus dem Stand. Habe ich geschlafen, ne? Kurz die Augen aufmachen und ist mir eine Spinne über meine Decke gelaufen. Ja, cool. Wie hoch bist du gesprungen? Alter, ich war beim Nachbar mit dem Lütter der Decke, Alter. Mal hallo. Mal hallo, ich hab Intim-Schmuck, wolltest du sehen? Schon zu Hause? Gleich. Oh, hier ist noch ein guter Stein. Also, gleich sind wir zu Hause. Vorne sehe ich schon unser Haus. Wäre schon wieder Spinnen. Nein, hörst du nicht. Ich höre aber welche. Nein. Du bist doch schon wieder nackisch. Siehst doch mal was an, Junge. Kaputt. Oh nein, du musstest das auch erwähnen. Wo ist sie? Da hinten. Geh hin, au zu. Wo ist sie hin? Direkt vor den Füßen. Jetzt sieht mal jedem anders aus, wo die liegen. Ich mein, Wunstgekrieg haben wir ja, ne? Das fehlen nur die Fasern, diese Schnüre, dann können wir Kerzen machen. Den Zwirn, meinst du? Zwirn. Ja, Entschuldigung, wenn ich dein Name entfleuchte. Mach mal Feuer an. Eigentlich nicht. Kein Holz. Nimm Kohle. Kohle braucht er so teuer. Ja, nimm Holz. Ist so teuer. Dauert so lange, bis wir dies wollen. Wow. Und wir haben genug Steine. Ja, warte, ich tu da gleich nochmal Holz rein. Ich sehe jetzt immer nur den anderen Rest hier. Guck, dass ich die nochmal einsortiert kriege. Und so ein bisschen. Ja, bitte. Einfach mit Shift-Klick. Der wird voll, dann voll, ne? Oh, ich muss nochmal raus. Oh, ist dunkel. Alter. Du kriegst keine zwei Meter weit im Dunkeln, ne? Ich bleibchen. Mach die Tür zu. Alter, ich komm doch gleich wieder, ich will nur zu. Nein, mach die Tür zu. Alter, lass mich wieder ran. Ich schließe ab, ich schließe gleich ab. Dann bleibst du da draußen. Ich will da nicht draußen bleiben. Ich will da nicht draußen bleiben. Ich höre eine Spinne über uns. Schön. Mach das Dach drauf. Oder irgendwas anderes. So. Was ist jetzt die Schmiede? Ich stell die gerade her, dauert ne Weile. Ich bin auch leicht überladen. Oh, ist schwer. Ist schwer. Wenn ich Dach bauen? Aber hier ist die Zuflucht fertig. Wenn jetzt ein Sandstrom kommt, sind wir hier drunter sicher. Unter dem Rooft. Unter dem Dach. Oh ja. So. Jetzt kommt da kein Sandstrom. Wow. Ich kann hier nichts heransetzen, Alter. Warum nicht? Was hier geht. Geh. Geh. Krass. War nicht alles zu. Ich muss doch mal gucken, wohin mit dem... Hier sieht die Zuflucht auf. Oh, ist schön. Ja, weil ich noch wissen wollte, wohin mit der Treppe, du Nase. Ja, hier. Dachte ich hier. Und hier. Hier hoch. Oh, jetzt ist hier oben drüber natürlich die Fläche. Du Nase. Jetzt kann ich da nicht die Schmelze hinstellen, weil die zu hoch ist. Dann stell die hier hin. Oder stell die nach draußen. Oder stell die nach draußen. Oder stell die einen höheren. Als nächstes der Treppe. Kann ich Treppe? Nein, kann ich nicht. Ich lege das hier wieder rein. Jetzt steht die Schmelze da. Okay, das ist auch gut. Das ist wie ein Loch, wa? Alter, ich sag dir, das ist mein Loch. Das ist mal eine Schmelze, Alter, da kann ich drinnen wohnen. So, da kann Kohle rein. So. Kohle. Und... Alter, guck dir mal an, wie hell hier ist. Eisen. Yay! Yay, er macht das, André, er macht das! Wow, David! Wie! 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 Armour binden, Armour. Schaffen das. Da wollen wir auch wieder so viel. Kein Stein mehr. Kein Stein mehr, André. Oh! Okay. Hallo. Was ist denn da auf den Kopf geschmissen? Ah! E-Man ist mir dem Kopf dagegen gestoßen. Fuck! Hey, Austria-Zombies! Hallo, Austria-Zombies! So. 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 800? Ach so, unsere... Obos, wie viele fehlen da eigentlich noch? Ja, da fehlen glaube ich nicht mehr. Ja. Zehn Stück oder so. Also ganz dramatisch ist das du auch nicht. Wir warten. Wir warten. Auch gerne. So, wie lange... Oh, 10 Eiten. Und kann schon Werkzeug? Ich brauche mal gucken. Ich brauche mal gucken. Ich brauche mal gucken. Ich brauche mal die Armouries... Äh, äh... Bench bauen. Ja, guck mal was sie braucht. Äh, äh, 160 Holz, 240 Steine. Aber wir brauchen wieder Stein und Holz. Ja, holz mal. Mach mal die Nase raus, dann kann ich... Holz haben wir, aber Stein nicht. Ja, dann muss der Stein nochmal suchen. Uh, 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 uh. Immer noch eine Steinsuche. Kann man mal Stein suchen... Oh, oh, oh. Oh, yeah. Mal Stein suchen. Oh, yeah. Wir haben Brust, drück sich Hände. Mach ich mal. Hände? Oh, oh, oh. Hast du auch Hände? Na, nein ich habe keine Hände. Füße Füße willst du? Füße kann ich dir auch machen Die Hände? Füße? Kopf brauche ich halt, ne? Kopf haben wir noch nicht Kann nur Hände und Füße machen Okay, hier schon mal wieder Hier schon mal wieder gerade draußen nach Stein gucken Ich hoffe, dass ich was finde Ich weiß nicht, was ich mehr finde, außer das Spinnen Füße Du hast Füße? Geil, da kannst du jetzt auch laufen, ne? Ja, habe ich mir mit Heilmittel wieder angeklebt Cool Passt aus, weil sie dann evil gelernt, ne? Na, schon wieder Stein holen Mh Das musst du dann aber auch schon oben bauen Da haben wir noch keinen Platz mehr Gucken wir mal, ich weiß nicht, wo rein schmulen in die Hütte Ah, nun ja, der muss mir griefen, der hier wohnt Der Spackus, ey Ich glaube, wir müssen in diesem Spiel, müssen wir wirklich Größer denken Wir müssen wirklich denken, alter, größer ist besser Aha, wie in Minecraft, ja? Ja, schon wieder Kampfmusik Ich nicht, ist deine Kampfmusik Behalten Wow So kollegial bist du Ja, ich hau ab Ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh Alter, ich merke das schon Ich bin raus Das ist nicht meine Abteilung Oh, Mensch Oh, Mensch Nun sei doch mal nicht so Nein, ist nicht meine Abteilung, habe ich keine Ahnung von Sei doch nicht so Oh, Kampfmusik Deine Kampfmusik, kannst du dich behalten Ne, ich bleib bei dir Wow, da bleibst du bei mir Ich versteck mich hinter dich Mit deinem He-Man-Haarschnitt, bin ich sicher Oh, du Tiermörder, Alter, wie du das genießt, ey Hab mal voll gesehen, ey Was müssen wir mit den Samen machen? Wollen wir da irgendwas draus machen? Ich hab keine Ahnung Ich will erstmal nur Steine haben Lass uns erstmal hier vorankommen Und uns über irgendwelche Samen Oh, Scheiße Du Mädchen André Ja, ich seh schon, ich bin dabei Nein, nein, der Elch kommt hier hin und hinter dem ist ein Dreihorn her Ja, ja Komm ab, du Schwefelmonster Sandnase ist das Ist das eine Steinnase Da drüben sind noch Steine Hier, da drüben hin Komm mit Du kannst auch die Steine auf dem Boden sammeln, ne Das kannst du auch Das ist mehr so dein Ding, dich bücken Ab zum Kreuz Ich geh gleich ein Stück zurück Warum? Hört ihr nur Spinnen die ganze Zeit Ah, André, Hilfe 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 Und wo denn, wie denn? Geh um Na Alter Bleib Kackvieh, du Ja Ja Mit dem Treffen ist das immer noch nicht so gut Ja Im Treffen schon Und wenn wir nicht ausweichen, dann treffen wir gut Die dürfen halt nur nicht ausweichen Wird schön flink hier Spinnen Ah Da auch noch ein bisschen Stein Wir kommen hier nicht weg Wir sind hier so ein bisschen Wir brauchen halt Material Wir haben Angst wegzugehen Sagst du das auch beim Namen Ja Ja, wir wollen jetzt Eisenwaffen haben Dann befällt sich Und Eisenrüstung Dann müsste ich's load wegzugehen Das stimmt Ich würde ja auch ein bisschen vorankommen, meinst du? Ich hätte ja lieber einen Speer Das ist länger Ich fahr gerne meinen Speer aus Ole Also langsam vermisse ich mein kleines Fleckchen am Rande der Karte, André Ja, ich auch Geh mal wieder nach Hause Ja Geh mal wieder nach Hause Da ist Da ist nicht so viel los Geh nicht so weit weg, André Geh gleich wieder zurück und die Werkbank bauen da Ich will noch mal den Stein hier noch mitnehmen Ich will jetzt da noch ein zweites Stockwerk Ja, später Nicht später Nicht später Du musst ja schon nach oben Du musst ja schon nach oben bauen Ja Oder wir müssen halt größer denken Wir müssen noch ein paar Wände wegreißen Nein, dann spawnt da so wenig Lieber in die Höhe Verkampfmusik Fritz mich Mh, mach ich mal gucken Ich geb mich bei He-Man Wieso gibt's auch die Frisur, Alter Ja, das stimmt allerdings Ja Sondern auch in dem Spiel Das ist irgendwie sehr fragwürdig Ob es doch die Arnie Schwarzenegger die Gedenkfrisur gibt Gibt bestimmt Das ist das Bob Kohn in der Bomba Das stimmt Gedenken ist so locker Gedächtnis so locker hier Aber ich hab gleich 300 Stein Also 300 Stein 300 Stein Das gibt's auch schon über 300 Stein Cool, siehst du? Ja Sind wir doch gerade hier so entspannt dabei Ja, hier ist gut Also wir müssen auch Spinne Spinne auf dich Komm mal zurück Mach mal Ich leg sie ab Hallo Spinne Meine Waffe ist kaputt Langsam zurückgehen Damit der Mösschen pünktlich ins Bettchen kommt Ja, was heißt Mösschen? Ich bin gleich voll Ich bin schon im roten Bereich Noch nicht Noch nicht Noch nicht Sobald viel Überlastung gespielt So wie immer In der Axt geht ich eigentlich nichts anderes Weiß Ich will ja lieber noch mal ein bisschen Angriff und so Ja, lass zurückgehen Mimose Ja, mach doch noch ein bisschen weiter Ich kann mich nicht mehr bewegen Warum nicht? Jetzt geht er Ja, ich hab einfach da um das Fleisch rausgeschmissen lassen liegen Das brauchen wir aber vielleicht Ich hab jetzt genau 99% Ich muss gleich eine Keule bauen So ein Lasso bauen Und dann müssen wir noch irgendwas bauen Um deren Willen zu brechen Weiß ich nicht wie die Maschine heißt Der Willenbrecher Und dann können wir äh Sklaven ziehen Die gehen dann für uns farmen Das ist eine gute Idee Und meinst du wie lange die leben? Bei der ganzen Umgebung Die haben bestimmt auch angegriffen Die müssen halt jeden Babar den es auf der Karte gibt einsammeln Okay Wir müssen alle dann für uns arbeiten Und stellen wir dann hart, weich, weich, hart, weich, weich, hart, weich, hart, weich Auf Dann sehen wir ja wie lange das hält Oh, hey, wir werden beschossen, André Ich bin schnell zu Hause Ich bin der Hilfe Ich bin schnell zu Hause Lass hier die Tür offen Ich will auch mal mein Fleisch da rein, ey, mein Zeug da reinlegen aber holz haben wir nicht viel ich habe das schon mit holz rausgenommen die eine wunsch erstellen so das dauert jetzt ein bisschen in der zeit bleibe ich immer ein bisschen stehen der andere mit schießt noch unsere hütte lassen schießen die andertaler rules wir müssen unsere hütte verteidigen daher bricht hier noch was auseinander machen wir noch machen wir noch kommt alles noch andere hier oder reinpacken hier fertig wo wenn wir den beschossen ja ich sehe aber keine keine ahnung bin ich bin dann aufgegeben oder auch nicht und denn du kackvieh wir können die schmelze ausmachen kann man keine objekte drehen auch mit dem mausrad verlagerung mit anderen objekte unter gelände der muss wahrscheinlich seit oben drüber bauen oben geht also müssen wir für nächstes mal müssen wir immer zwei hoch bauen wenn der sowie nach auch unter uns ist die mit sicher ist wieder in den boden gebackter kündig meinen arscht rufe da kann man aber nichts drin bauen doch ich schon leichter brustpanzer leichte scherpe holztage holzschild alter aber eisenschwert eisenschwert kannst du kannst du nicht habe ich noch nicht gelernt alter die wichtigsten dinge denn nicht der länder die selben sachen die ich kann warum brauchst du denn alter andre ich kann nichts anderes lernen als du guck das normalen der skillbomb durch die pappnase bevor du rumstürmst ich kann die ex geselle ja ich muss den söldner ich muss noch söldner lernen alter aber ich kann schilder für uns herstellen sonst brauche ich nur noch die punkte dann kann ich handwerks geselle machen zugehört handwerks geselle ich brauche nur noch die punkte ich bin jetzt gerber kann ich noch nicht immer man schmied mit und gäbe muss ich noch lernte dann kann ich das bei mir auch weiter war für gerber bräuch 240 stein 160 holz 50 rinde und 25 2 ich tat qualität also von irgendwo wollte ich meine spinne jetzt getroffen aber wo hier ist keine geschießt von da hinten da oben auf dem welsen steht die siehst du da und da oben tatsache du musst du gleich ein schild für dich da drin sein andere betrifft die von hier ist nicht und hier und das ist antilope fleisch schild einfach in die leistung ja kann ausrüsten oder die blöde an die lupe papier hallo bernst die blöde an die bernst alter ist das flink von antilope jetzt nicht den spruch schnell wie eine antilope wie schön nein es kommt was dann habe ich ja die lupe wieder also diese spinne leite muss eine scharfschützen spinne sein alter blöde an die lupe hör auf du stirbst sowieso du antilopen kuh bleibst du hier habe jetzt ein schild ich bin jetzt unbesiegbar alter was macht der heim auf keine aussage besiegbarkeit sind schon erledigt weil keine aussage mehr ist darum ist eisen aber wir haben ein schild alter ja wir haben schild wir haben ein schild sind jetzt unbesiegbar und sehr mcgiver unter den barbaren ja schild ist nicht nur ein schild sondern auch ein frisbee wenn ich will ist auch eine rückenlehne und nicht nur eine rückenlehne sondern auch ein tablett für mein brot und essen und trinken und wenn wir so weiterreden sind wir gleich genauso lieb aber manche dann noch kapitän amerika noch sterne auf blau anmelden und städte drauf ich will aber lieber team amerika sein amerika ja genau du kannst amerika nur treu sein wenn du mir einen fließt nur dann kannst du ein guter schauspieler sein ja 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 der Film ist so beschuggelt ne das ist ja schon wieder gutes der ist wirklich bescheuert der Film amerika ohne spinne hilf mir David, hilf mir ich weiß nicht wo du bist da grüppelnde gift reicht doch nicht immer zurück durch kackpiest noch eine geh ran also wir müssen unsere taktik dafür feinigen wir müssen abwechslern und der andere dann ran geht doch nicht wenn man fünf oder sechs stacks drauf hat das dauert ne weile ich weiß das ist ein bisschen schwierig zu handeln aber klappt das klappt amerika amerika aber jetzt ist amerika so wie in team amerika ja der neuen obersten anführer so lass uns da willst du da nochmal hoch oder willst du erstmal zu Wasserfall weiter wir brauchen doch bestimmt noch stein oder nicht deswegen ja das ist doch so viel stein da oben ist aber eine spinne ja die haben wir doch jetzt inzwischen im griff achtung schild hoch und 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 du schießt daneben du schießt daneben 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 noch eine spinne noch eine spinne eine habe ich platt das sind zwei spinnen noch oh nein mein schild ist kaputt ich habe mein schild gebraked mein gott dann müssen die nachher gleich wehren alter hab ich schon oh mein gott was passiert was geht ab ich sterbe warum warum stirbst du mein kumpel nein nicht sterben tot ich weiß es nicht ernsthaft nicht du hast deinen arm verloren ich sterbe hier nicht wieder hallo wie kannst du denn zweimal da sein ja bist du Jesus ja du bist ja He-Man du hast die Zauberkraft ich habe die ich habe die Kraft ich werde mal wieder alles reparieren hier voll nervig oh nein oh respawn alter geht tot sag mal wieso gehst du nicht tot andré die geht nicht tot das ist eine mega spinne also sie geht nicht tot was war das für ein Viecher alter wieso geht die nicht tot das verkrüppelnde gift tötet mich aber jetzt nochmal eisen andré wer ist auf eisen eisen ist das wichtigste was wir jetzt brauchen eisen und stein aber wenn du nicht mal einer von uns eisenwerkzeug oder so kann ich muss leveln ja wir müssen beide leveln ein level noch dann kann ich das ist schon mal eisenwerkzeug ja deswegen brauchen wir ja jetzt eisen ja wir haben ja schon ein bisschen eisen und wir brauchen mehr eisen ich weiß noch gar nicht wie viel eisen wir brauchen ich denke mal ein bisschen wir nehmen ja alles mit alles was uns unterwegs ist vor die nase läuft nehmen wir mit dann springt gleich von oben in unsere hütte die hütte so hoch dass wir hier oben auch raus können ja das wollte ich mir gerade denken dann wollen wir die hier oben weiter ja 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 oh spinne ich gehe ran du musst übernehmen sehr gut bin in der stufe aufgestiegen einwandfrei gezet ich noch nicht achtung spinne alles klar die ist auf mich jetzt bin ich auch in der stufe aufgestiegen sehr schön erstmal weiter leveln hier weiter fahren hier ja ich dachte dinosaurier in arg werden schon nervig dann hast du noch nie die spinne koning gehabt da kannst du jetzt sagen die dino sind arg ne alter spiel mal konin alter die spinnen sind mörder spiel mal konin da geht ja alle zwei minuten was auf den sack die dino sieht man von beiden ja wollte gerade sagen die nur sieht und hört man die spinnen nicht die hört man die hört man zwar aber wenn man sie schon hört ich meine schon zu spät alleine hast du da sowieso schon verloren kohle mitnehmen die brauchen wir ja auch richtig habe zugang was brauchen wir ja auch zwischen nur hier noch ne kohle 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 bald bin ich im roten bereich ja bei mir geht es noch ein bisschen hallo die axt hier du nase guck doch mal dass ich noch mal schon Holz mitkrieg unterwegs ja Holz gibt es ja nicht so viel wie da wo wir vorher waren ja aber dafür gibt es hier mehr stein und das ist ja nicht ganz so dramatisch Holz haben wir trotzdem an die Kilo zusammengekriegt ich bin rot ach also bei mir geht es noch so bist du da hier dann baue ich hier auch noch mal die steine ab ah nein wieso drücke ich immer die falsche taste kannst du mir das mal sagen warum drückst du mir die falsche taste weiß es nicht bist du in der Nähe André ja ich bin in deiner Nähe bist du auch wirklich da bleib doch bei mir ja ich bin in deiner Nähe ich bleib auch in deiner Nähe ich pass auf ja okay extra die kleinen Äste hier weg damit ich sehe wenn ich immer eine Spinne angekrabbelt kann ich sehe wenn ich immer eine Spinne angekrabbelt bin kann ich nicht verstecken das ist gut ich bin jetzt deine Mauer die jetzt hier du bist meine Mauer sei meine Mauer du bist jetzt meine Mauer ich stehe jetzt hier halte mein Schild hoch mein Schwert hoch und du bist mein glorreicher Anführer dein Wohlbefinden liegt mir sehr am Herzen echt seit wann seit die die Spinne in der Überhauptzahl sind und das weißt du was das Schlimme ist du bist jetzt bald langsam zurück es ist dunkel können wir nicht hier runterspringen einfach ne ich glaube das überleben wir nicht ich lebe noch wie du bist nur noch in der Hose alter ich habe ja bald Alkbeine ich lebe auch noch was ich binne dein Problem ich bin in der Hütte alter hilf mir alter ich muss einmal rauskommen schon geht das wieder so okay Steinkist ist voll okay die Kiste ist auch voll ja dann brauchen wir noch mal ein bisschen Holz haben wir noch Holz hier kommt noch mal ein bisschen Kiste rein Feineisen wir haben nicht genug Holz sonst könnte ich noch eine Kiste machen da guckt man ins Feuer da habe ich nämlich gerade was reingepackt oder oben genau oben drin könnte glaube ich auch noch was drin sein oben in der Dings ja ich baue jetzt einfach noch ein paar Wände ja hier guck mal hier sind noch 68 Stück drinnen okay ey 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 den kran Doppelwände ne jo mit Fenster rausgucken hier kannst du rausgucken heute mal nicht hier und nicht ich bin schon schon da hinten ja hier an der seite warst du dann halt die treppe hoch was ist schon mal wieder hier wende hier kannst du dann nachher die treppe hoch bauen ich kann lernen ich kann lernen hier an dem eisernes breitschwert wo kann ich das werkzeug weiß nicht ob du das ich brauche richtiges leder nein damit wir einen knüppel machen können für die leute betonen können das wheel of pain müssen wir noch bauen rezept seite spinnseite seite können wir also auf der bin fehlen können wir seite machen warum kann ich jetzt eisenwerkzeug herstellen die herstellung in der blacksmith-bench meine blacksmith-bench keine reine nein auch nicht habe ich gar nicht keine ahnung aber gerade sie müsstest du können wenn du den ofen gelernt hast musstest du blacksmith-bench können das ist mit dem das komische dinge darüber und ziegel das ist ein stein vielleicht in den ofen schmeißen stein stein das habe ich gelernt passiert da was weiß ich nicht sieht man da was weißen sieht man ja auch nix ob da was bis doch unten in der warteschlange und da hast du eine warteschlange oder ziegel mit stein aber zehn stein für ein ziegel 50 ziegel 500 stein wir haben sieben stecks momentan da muss ja gleich noch mal losgehen stein oder alles cool also alles cool alles cool ja 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 alles cool nein ich hab da noch nichts kein gericht denn erst mal am mit perna ja 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 dann wieder holz stein immer dasselbe ja ich denke mal das ändert sich nicht naja gut egal und meine fuße da bern werden werden das equipment um einmal reparieren war ja auch gerade gemacht jetzt da haben es schon ein bisschen was denn ich brauche ich 100 eisenbahnen für in den blacksmith doch alles aber ganz schön übertrieben finde ich andré kam raus jetzt hat die lobe dass die antilope wir haben genug zu essen wir wollen hier heute mal du und deine tier heute ja alter willst du keine rüstung haben brauchst du ihnen hier eine wenn du brauchst immer nur für dich so schwer hast du mir bist du schon ja wenn du so von so weit da dran stehst die liegt doch hinter dir aber mir lag die vor direkt vor der füßen wir müssen jetzt hier vorne runter gehen und unten am fluss das ganze eisenhauen ist hier nicht auch schon wie es baut weiß ich nicht der stein und die auch wieder ja aber hier unten gibt es seit vielen eisen wir sollten nach unten gehen wie gesagt wir müssen gucken dass wir vielleicht auch noch nach unten bauen und dann nach unten bauen das sind ja mal hier vorne rumlaufen und da hinten anfangen das eisen bis zur ecke abzufahren einmal nicht so faul bin er ist noch nicht gesehen jetzt dazu ein krokodil hier solltest du jetzt genug heute kriegen das sind aber dicke heute ja und die brauchen für dicke rüstung war noch ein krokodil andere wo bist du drüber gelaufen und krokodil und schild ist im arsch bin im arsch mal wieder response ja gleich hier wenn man schild nicht reparieren holz aus holz habe ich mich hier die ganze zeit sterbe du nicht einmal weil ich habe noch nicht mal zeit mit schwer denn die leise und die leise sind ja pervers ich habe noch niemand zeit gehabt irgendwas in die hand zu nehmen oder kommt schon damit alter was doch nicht mal zeit gab was in die hand zu dem ganz schön penetrant die ganzen gegner hier penetrant ist das wort des tages ja und penetrieren kennt sich da sonst so gut aus nein nicht nein dann halt nicht eisen 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 brauchen ganz viel eisen 500 500.000 stück ja zumindest brauchen wir 100 stück dass wir brauchen 200 roh eisen der macht das zwei ärzte ein richtig richtig ja absolut richtig gestanden dann brauchen wir noch eisen zusätzlich wenn die eisen werkzeuge machen ja richtig auch korrekt ja richtig man bin ich glaube heute treffe mir selbst mir fällt auf das eisen verdammt schwer ist also du wirst ja immer cleverer heute ja ja also also ich habe heute also so ein extra energy genommen hat die tun das erstaunt mich ja immer hart du 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 du